Schon morgens früh schmerzt Evas Rücken. Wie jeden Tag. Eva ist Lastwagenchauffeurin bei einem grossen Detailhändler. Sie mag ihre Arbeit und die Familie ist auch auf ihren Lohn angewiesen. Meistens erledigt sie ihre Arbeit im Sitzen. Wenn nicht, dann belastet vor allem das Ein- und Ausladen der Waren ihren Rücken. Schon mehrmals musste sie sich wegen der Schmerzen krankschreiben lassen. Ihre Leistung verschlechtert sich zunehmend. Als ihr Chef sie darauf anspricht, erzählt sie ihm von den Rückenschmerzen. Er empfiehlt ihr, sich bei der IV anzumelden. Nach der Anmeldung findet ein Gespräch mit einer Eingliederungsfachperson der IV statt. Gemeinsam suchen sie nach Lösungen. Eva erhält eine spezielle Sitzauflage, um den Rücken zu entlasten. Eine Weile geht es ihr besser. Doch nach einem halben Jahr sind die Schmerzen zurück. Die IV lässt Evas Krankheitsfall durch die behandelnde Ärztin und den regionalen ärztlichen Dienst prüfen. Sie empfehlen, dass Eva keine Lasten mehr heben und tragen sollte. Sie bräuchte eine Beschäftigung, in der sie abwechselnd sitzen und stehen kann, ohne dabei Lasten tragen zu müssen. Eva bangt um ihren Job. Es plagen sie Existenzängste. Doch die Eingliederungsfachperson macht ihr Mut. Die IV unterstützt sie mit Eingliederungsmassnahmen, damit sie eine neue Tätigkeit ausführen kann. Zufällig ist eine Stelle im Kundenservice frei. Hier könnte sie abwechselnd sitzen, stehen und herumgehen. Die IV unterstützt und begleitet Eva beim Einstieg in den Kundenservice. Die neue Tätigkeit tut Evas Rücken gut und ihre Gesundheit verbessert sich. Endlich kann sie sich wieder schmerzfrei um das morgendliche Frühstück kümmern. Wenn ein Mitarbeitender nicht intern weiterbeschäftigt werden kann, hilft die IV bei der Suche nach einer neuen Stelle. Doch es gibt Menschen, die nur noch teilweise oder gar nicht mehr arbeiten können. Für sie ermittelt die IV-Stelle den Invaliditätsgrad und einen allfälligen IV-Rentenanspruch. In jedem Fall arbeitet die IV-Stelle eng mit allen Beteiligten zusammen, um die optimale Lösung zu finden. Damit trägt die IV zum sozialen Ausgleich in der Gesellschaft bei. Es gibt Menschen, die benötigen vorübergehend Hilfe von uns, andere ein Leben lang.